und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freunde des gepflegten klemmbaustein baus heute habe ich für euch eine kaffeemaschine mitgebracht aus der creative mini reihe die 2090 es ist ein china eigenimport von mir gewesen und soweit ich das rausfinden konnte haben die steinchen hier lots größe das schauen wir uns natürlich dann gleich noch mal an ob das auch wirklich passt die verpackung ist leider ein wenig beschädigt angekommen es ist halt ein china eigenimport gerade wenn man da die verpackung mit dazu kauft kommt leider oftmals so eine etwas kaputte verpackung an aber damit muss man dann leben wenn man am ende um die acht bis zehn euro spart dadurch dass man es eben aus china gekauft hat und nicht von einem deutschen händler die kaffeemaschine ist natürlich ein reines deko objekt ein paar kleine funktionen sollen laut der beschreibung trotzdem drin sein aber wir sehen jetzt an der verpackung nicht so viel sie ist ja ein bisschen kaputt deshalb ist es jetzt auch nicht so schön die anzuschauen obwohl sie wirklich schöne auch glitzernde elemente dabei hat aber deshalb würde ich sagen ich mache das ganze mal auf und wir schauen uns zusammen die teile tüten und die anleitung an und wir haben dafür dass es kleine steinchen sind hier wirklich ein ordentliches teile volumen liegen sie sehen auf den ersten blick auch gut aus wie die verbaubarkeit und die qualität im allgemeinen ist schauen wir uns dann natürlich an wenn wir im bau sind ebenfalls findet sich noch dieser sticker bogen hier bei der let's größe habe ich es irgendwie noch nie mitbekommen dass da viel geprintet war deshalb habe ich es fast schon erwartet dass wir auch hier wieder sticker dabei haben es ist natürlich schade geprintet wäre besser gerade bei so einem display und deko set aber es hält sich in grenzen die paar sticker werden wir aufbringen was ich dann eher als michael sehe ist die anleitung denn das ist eine auffalt anleitung und die ist wirklich riesig ich würde das eher als poster an der wand sehen oder noch viel besser falls es doch mal zu einer zombie apokalypse kommen sollte kann man damit eigentlich super ein fenster abdecken also ist vielleicht doch positiv dass wir die anleitung haben spaß beiseite das ist jetzt natürlich qualitativ nicht gerade ein ausrufezeichen ich versuche ich jetzt noch mal die teile liste so gut es geht hier ins bild zu halten ihr könnt sie euch ja auch gerne anhalten an einer stelle die euch interessieren sollte und ansonsten sind die abbildungen aber zumindest hochwertig gedruckt also die sehen gut aus die druckqualität ist gut sie sind auch groß genug um sich hier ordentlich zurecht zu finden also ich denke danach lässt es sich ganz gut bauen aber ich hätte es mir schon eher in heftform gewünscht das kann man bei insgesamt 92 bauschritten schon mal zumindest klammer gebunden machen aber nun gut die anleitung ist jetzt nicht das allerwichtigste sondern das set und die steine sind das wichtigste dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen und dann sehen wir uns nach den ersten wichtigen bauschritten wieder und reden darüber ob zumindest das set den erwartungen gerecht wird und wir sehen uns das erste mal wieder nach 31 bauschritten für einen ganz kleinen zwischenschritt den ich euch zeigen möchte wir haben schon einiges vom gehäuse gebaut hier hinten auch schon den wassertank die scheiben sehen gut aus sie sind nicht milchig haben aber an der ein oder anderen stellen einen kleinen kratzer das passiert leider wenn man das aus china importiert ansonsten ist das auf jeden fall ein sehr stabiler bau hier fehlt mir eine gitterfliese es kann aber auch sein ich habe sie in den ganzen steinen nicht gefunden deshalb wir warten mal ab ob die im laufe des baus noch auftaucht diese teile gefallen mir besonders gut in dem silber look und der erste sticker wurde auch schon aufgeklebt das weiß gefällt mir nicht so wirklich denn da haben wir einige farbschwankungen das ist eher so ein eiweiß ton dann hat man aber doch die ein oder andere stelle die eher schneeweiß ist mit weiß haben ja viele hersteller so ihre probleme was ich aber bei den velux steinen cool finde ist dass sie ihre steine ähnlich wie lots auch branden ihr seht dass auf den noppen steht wl sie zeigen also gerne von welcher marke diese steine kommen und das geben sie auch qualitativ bisher her denn bis auf die unterschiede im weiß ton die ja viele hersteller haben ist die steine qualität hier wirklich gut vom bau gefühl ist es top für diese größe mir gefällt es sogar noch ein wenig besser als lots und die klemmkraft überzeugt am ende auf jeden fall auch das soll es auch schon gewesen sein mit dem zwischenbauschritt ich baue jetzt mal weiter und wir sehen uns dann gleich nach dem nächsten wichtigen bauschritten wieder und da sehen wir uns nach dem 58 bauschritt schon wieder an der hauptmaschine hat sich nicht allzu viel getan außer dass wir das hier noch ein wenig hoch gezogen haben und noch ein paar trends elemente herangekommen sind die gefallen mir auch ziemlich gut aber wir bauen bisher diesen aufsatz hier einzeln ich finde es wieder cool dass wir hier diese silbernen akzente haben was auch wirklich silberes und eben kein grau ich finde auch diese trends teile hier gut und was mich sehr positiv überrascht hat ist das hier ist ein print das ist kein sticker das ist geprintet die qualität könnte etwas besser von dem print sein aber trotzdem cool wenn auch ein print dabei ist diese details hier sind hingegen wieder sticker das sieht man leider auf den ersten blick weil auch der farbton nicht wirklich passt zu dem blau also da müssten sie auf jeden fall noch mal dran arbeiten wenn sie schon das meiste mit stickern machen ansonsten die steine qualität weiterhin genauso wie im zwischenbauschritt beschrieben ich habe meinen spaß bisher hoffe natürlich dass das so bleibt jetzt auch weiter und wir sehen uns gleich mit der fertigen kaffeemaschine wieder und da ist sie auch schon fertig die kaffeemaschine auf den ersten blick sieht jedoch wirklich ganz putzig aus also so als deko objekt kann sie auf jeden fall was wir haben noch so eine kleine tasse dazu gebaut die gefällt mir nicht allzu gut denn der effekt dass es eine tasse darstellen soll wird nur über so ein sticker gelöst der über vier steine geklebt wird gefällt mir nicht so sehr da gefällt mir die maschine an sich auf jeden fall schon mal viel besser und natürlich ist das deko trotzdem haben wir auch noch so ein paar kleine funktion nenne ich es mal einmal können wir hier an diesem knopf drehen wir können hier den kaffee einsatz rein und raus nehmen und wir haben hier so einen kleinen henkel können diese schublade rausziehen und haben auch noch so ich nenne es mal kaffeebohnen drin also das finde ich gut auch wenn es kein spielset ist dass man dann so kleine nennen wir es mal funktionen drin hat was sehr schade ist wir hatten ja hier unten dieses fehlteil bei den fliesen und das ist auch leider weiterhin verschwunden geblieben deshalb habe ich jetzt die zwei fliesen hier rein gebaut eigentlich sollten das zwei gitter fliesen sein aber weil mir eine gefehlt hat habe ich gedacht so gibt es wenigstens halbwegs ein bild das finde ich schon sehr schade dass das teil gefehlt hat weil eine gitter fliese in lots größe hat jetzt auch nicht einfach mal jeder rum liegen um euch auch zu zeigen dass es wirklich die lots größe ist habe ich natürlich auch ein lotz teil mitgebracht und wenn wir das hier drauf stecken dann funktioniert das wunderbar in beide richtungen weil es eben die lots größe ist ich habe es auch noch mit mehreren steinchen probiert und diese lotz steinchen und die aus diesem set lassen sich sehr gut miteinander verbauen wir haben auch noch ein paar ersatzteile dabei nicht wundern eine gitter fliese wie gesagt weil ich sie dann hier ausgebaut hatte damit es wenigstens halbwegs ein stimmiges bild ergibt und so ein wl brick teile trainer und lots größe ist auch dabei also wenn wir das zusammenfassen haben wir eine wirklich relativ billige anleitung wir haben eine sticker qualität die in der farbtreue sehr zu wünschen übrig lässt wir haben im weiß ton große farbschwankungen auch unter den stein und wir hatten auch ein fehlteil dabei dagegen steht es sieht am ende ganz gut aus wenn es so gebaut ist und wir haben auch einige schöne silberne und goldene teile was ich bei so einem set in lots größe schon als besonders ansehen würde es ist also ein eher durchwachsenes set es sieht am ende gut aus aber man hat doch das ein oder andere problemchen damit und dem gegenüber steht ein preis von 14 euro bis 15 für knapp 600 teile in lots größe was auf jeden fall kein schnäppchen ist ich würde sagen für lots größe schon echt teuer und dafür ist mir die qualität an einigen stellen doch leider wirklich zu dürftig und deshalb gibt es dafür keine kauf empfehlung ich meine wer es jetzt super schön findet und sich als deko hinstellen möchte da kommt auch mit den fehlern noch weg aber allgemein aus klemmbaustein sicht ist es für mich zu wenig um es zu empfehlen trotzdem verlinke ich euch mal die app themen unten in der beschreibung wo ich dieses set gekauft habe mit der artikelnummer falls ihr es trotz alledem bestellen wollt auch wenn ich euch aus klemmbaustein sicht eher davon abraten würde wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt oder ein anderes aus dieser reihe schreibt gerne eure erfahrungen damit in die kommentare damit würdet ihr mir und allen anderen natürlich wie immer sehr weiterhelfen und wenn euch dieses video gefallen hat lasst gerne wie immer einen daumen nach oben und ein abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer valleybrick